Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Darlegen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Legt da, legte da, hat da gelegt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich lege da, du legst da, er legt da, wir legen da, ihr legt da, sie legen da. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich legte da, du legtest da, er legte da, wir legten da, ihr legte da, sie legten da. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe da gelegt. Du hast da gelegt. Er hat da gelegt. Wir haben da gelegt. Ihr habt da gelegt. Sie haben da gelegt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich lege da. Du legt da. Du legst da. Er legt da. Wir legen da. Ihr legt da. Sie legen da. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich legte da. Du legtest da. Er legte da. Wir legten da. Ihr legtet da. Sie legten da. Den Schluss macht der Imperativ. Lege da, du. Legen da, wir. Legt da, ihr. Legen da, sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verbdarlegen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.